Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute geht es darum, was sich auf schwer ändert. Da gibt es natürlich ein paar Dinge, die ihr nicht sofort erkennt, die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind. Auch für das perfekte Farming, für Reaktoren, Prozessoren und so weiter. Und auch, was es mit den schweren Missionen auf sich hat. Ich hatte euch vorgestern erzählt, dass dem nächsten Update kommt, dass man diese schweren Missionen hier bald auch öffentlich machen kann. Das bedeutet, dass man den Infiltrationseinsatz hier nicht mehr nur privat machen kann, privaten Einsatz starten, sondern dass man den auch öffentlich starten kann. Das Update soll demnächst kommen. Da kommen wir aber gleich drauf zurück. Vorab erstmal eine Sache, die ich selber auch nicht wusste. Und zwar, wenn ihr eure Schwierigkeit der Welt das erste Mal auf schwer stellt, dann habt ihr eine neue Funktion auf der Map. Die seht ihr dort unten. Bei mir ist das mit R3. Müsst ihr mal selber gucken, welcher Knopf es bei euch ist. Und wenn ihr den drückt, dann bekommt ihr hier eine ganze Informationspalette, wo man was findet. Das Ganze wird auch immer rotiert, einmal pro Woche. Ihr seht gerade aktuelle Beute bei mir noch vier Tage. Und hier könnt ihr den perfekten Reaktor für euch suchen. Ihr seht hier jedes einzelne Gebiet und einzelne Missionen. Und dort könnt ihr dann je nachdem, was ihr braucht, euren Reaktor fahren. Ihr seht hier zum Beispiel Feuer für Spezialmunition und Tech. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr da braucht, könnt ihr einfach auf euren Nahfahren gehen, den ihr spielen wollt. Sagen wir mal als Beispiel Walby, weil ich weiß, Walby finden viele cool. Dann geht ihr hier auf diese Mission und dann seht ihr dort oben Attributlos und Fusion. Das gilt dann nicht für alle immer, aber auf jeden Fall Attributlos. Und dann müsst ihr gucken, wollt ihr Fusion haben oder wollt ihr Dimension haben. Je nachdem, was ihr eher spielt. Aber auf jeden Fall Attributlos und Fusion und Dimension. Und dann gehen wir zurück auf die Karte und schauen, wo es das gibt. Gehen wir hier wieder auf Schwer. Und dann sehen wir hier zum Beispiel Attributlos, Einschlagmunition und Fusion. Attributlos, Einschlagmunition und Dimension. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Einschlagmunition. Am besten, finde ich, wäre natürlich die Standardmunition. Und so könnt ihr dann jede Woche gucken, ob was für euch dabei ist. Und hier haben wir zum Beispiel Attributlos, Standardmunition, Munition und Dimension. Und hier Attributlos, Standardmunition und Fusion. Das heißt, das sind die beiden Gebiete, wo es diese Reaktoren gibt. Das heißt, einmal im Feldsturz, alle Missionen. Das ist übrigens auch die Ultra-Mission aktuell zum Farming. Dazu dann später in den nächsten Tagen nochmal mehr. Aber da könntet ihr auf jeden Fall extrem viele farmen. Also nochmal zusammengefasst. Sobald ihr Schwierigkeitsstufe schwer habt, geht ihr auf Schwer. Anwenden, dann die Belohnung, die ihr dort seht. Und dann könnt ihr hier sehen, wo es welchen Reaktor gibt. Darüber hinaus gibt es auch jede Woche hier unten ein Gebiet, wo es Prozessor gibt, Sensor oder auch die anderen beiden externen Komponenten. Das ändert, wie gesagt, jede Woche. Das heißt, wenn ihr einen super Sensor sucht oder noch einen guten Prozessor sucht, könnt ihr hier in diesen beiden Gebieten hier unten schauen. Und dort fallen dann vermehrt Sensoren und Prozessoren. Das nächste, was super wichtig ist, ist, das werden die meisten wahrscheinlich schon wissen, direkt am Startpunkt gibt es hier diesen roten Terminal. Und dort könnt ihr Infiltrationseinsätze machen. Das kennt ihr aus der Hauptstory auch. Das sind immer diese Missionen, die so lange dauern, wo ihr auch öffentliche Einsätze machen könnt. Als Beispiel hier, die Grabstätte, konntet ihr in der Hauptmission ganz normal machen. Und das seht ihr immer, die hier 20 Minuten. Es gab dort eigentlich immer einen Amorph, das seht ihr auch da unten. Und diese könnt ihr dann auch später, ohne dass ihr im Gebiet wieder da hinlaufen müsst, direkt von diesem Terminal starten. Und das geht auf Schwer dann auch. Und das wird auch auf Schwer sehr wichtig, weil es dort vielen, vielen Loot gibt, den ihr haben wollt. Unter anderem natürlich auch die Amorph für die neuen schweren Bosse, wo ich gerade schwere Bosse sage. Morgen wird es ein Video geben, wo ich euch erkläre, wie ihr die schweren Bosse alle besiegen könnt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Aber gehen wir hier nochmal in die Infiltrationseinsätze und nehmen jetzt als Beispiel mal das Schlummertal. Hier gibt es nämlich ganz viele Informationen, die wichtig sind. Natürlich einmal die Belohnung, die ihr bekommen könnt, zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die ihr nicht beisteht. Aber auch eine zweite Belohnung, die ihr selber auswählen könnt. Das ist immer ein Formstabilisator plus ein Amorph. Und das könnt ihr hier auch wechseln. Also ihr könnt sagen, ihr wollt Amorph 58 haben oder zum Beispiel in diesem Fall Amorph 59. Da müsst ihr dann selber mal schauen, welchen Amorph ihr mehr braucht. Darüber hinaus gibt es dann auch hier immer so eine Erhöhung. Einmal Kälteattributschaden und Singularschaden und hier einmal Giftattributschaden und Dimensionsschaden. Das ist aber eigentlich relativ irrelevant. Schaut lieber danach, was ihr für einen Amorph braucht. Dann gibt es hier unten eine Option, um eure Tötungspunkte zu erhöhen. Weil, um diese Amorphen zu bekommen, zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, braucht ihr viele Punkte. Gerade auch für die Stabilisatoren ist das sehr wichtig. Weil, den wollt ihr später auch oft haben und die seltenen Baupläne und den Energieaktivator und so später besser fahren zu können. Deswegen ist ganz wichtig, immer diese 50.000 oder später sind es auch mal 70.000 und 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 die höchste Punktzahl zu bekommen. Und dafür könnt ihr einfach hier diese Punkte anmarkern und kriegt dann jeweils mehr Tötungspunkte prozent. Allerdings würde ich euch immer raten, hier mindestens einmal zu rollen, weil dann andere Rolls kommen, die teilweise schwieriger sind. Hier zum Beispiel Sprinten deaktiviert. Ist eigentlich nicht so relevant, aber gibt euch dann nicht nur 10%, sondern 30%. Und wenn wir jetzt hier alles anhaken können, dann ist man schon bei 230%. Das bedeutet, für jeden Gegner, den ihr killt, kriegt ihr 230% mehr als normalerweise 100% oder dann beim ersten Mal 150%. Also sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen für alle, die später anfangen werden, das zu machen, in den öffentlichen Einsätzen. Ich bin sehr gespannt, wie die das hier reinbringen werden, weil dann ja jeder was anderes anhaken kann. Ob es einen Gruppenleiter gibt, das wird noch spannend, ob man hier in der Gruppe beitritt oder wie das genau gelöst wird. Aber, dass ihr das auf jeden Fall schon mal gehört habt, dass umso mehr ihr hier anhakt, umso höher werden die Tötungspunkte. Und umso höher die Tötungspunkte sind, umso besseren Loot bekommt ihr hier. Wenn ihr das erste Mal auf dem Schwierigkeitsmodus schwer seid, dann hören die Missionen nicht auf. Es gibt immer noch Missionen, die solltet ihr immer mal wieder abchecken, dann gibt es immer mal wieder neue. Unter anderem gab es eine Mission für mich, besiege 10 schwere Bosse. Das gab ein Zielkristall, wenn ich mich nicht irre. Und so gibt es hier auch für jeden Abfangeinsatz richtig, richtig coolen Loot. Hier zum Beispiel für den Frostläufer, den ich als nächstes auf schwer abschließen muss, kriege ich 2 Millionen Gold, was sehr wichtig ist, und 150.000 Kulpa. Deswegen schaut hier auf jeden Fall nochmal in eure Nebenmissionen, ob ihr hier nicht irgendwas habt, was vielleicht spannend ist. Und dann noch eine Sache, die ultra wichtig ist für alle, die die Nachfahren sammeln und Free-to-Play unterwegs sind. Grüße gehen raus an Brutal, der hat mich darauf aufwechslung gemacht. Wenn ihr hier mal auf eure Nachfahren geht, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr nur einen begrenzten Platz am Nachfahren habt. Bedeutet hier zum Beispiel Free-to-Play, ich habe mir keinen Platz gekauft, habe ich gerade 11 Plätze frei und schon 8 belegt. Bedeutet, wenn ich jetzt hier noch 3 weitere Nachfahren hätte, dann wäre das Raster hier voll. Ein Platz mehr kostet insgesamt 50 Kaliber, das ist ungefähr 1 Euro. Bedeutet also, wenn ihr die maximalen Plätze haben wollt, müsst ihr da schon auch nochmal mit den einen oder anderen Euro investieren. Achtet da einfach drauf, dass ihr nicht unwichtige Nachfahren macht, wenn ihr später wirklich komplett Free-to-Play bleiben wollt. Habt ihr nur 11 Plätze frei, deswegen, wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, der Kyle, der interessiert mich eigentlich nicht, ich will den nur sammeln. Dann überlegt euch jetzt zweimal, ob ihr den wirklich hier reinmachen wollt. Aber dass ihr jetzt mal gehört habt, dass ihr gerade, wenn ihr mit dem Game gerade startet, genau überlegt, ey, welcher Charakter ist es wert, überhaupt drauf zu gehen. Vor allen Dingen, wenn ihr komplett Free-to-Play sein wollt, wenn ihr sagt, ey, ich gebe auch gerne mal 1, 2 Euro aus und kaufe mir hier mal ein paar Plätze mehr, dann macht das natürlich auch nichts. Ich finde jetzt 50 Kaliber für einen Platz mehr ist jetzt auch nicht die Welt, aber nicht, dass ihr später hier enttäuscht seid. Das war es von mir, ich würde mich natürlich wie immer über ein Follower auf dem Kanal freuen, wenn ihr nichts zu The First Descent verpassen wollt. Seht ihr mal ein Like auf dem Video und sagt bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.